Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Das wird auch, glaube ich, nur ein ganz kurzes, weil ich euch auf etwas aufmerksam machen möchte. Ich habe in der Community-Tab eine Umfrage gemacht, ob ihr Bock hättet, dass ich eine Facebook-Gruppe für uns aufmache. Wir sind hier ja mittlerweile so um die 73 Follower, Abonnenten, Abonnenten seid ihr, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht einige sind, die sagen, so, ich würde gerne auswandern. Und ja, es gibt natürlich bei Facebook gibt es schon bestimmte Gruppen, wo man sich anmelden kann, ob man auswandern will. Das Problem ist natürlich, dass diese Dinge immer schon so groß sind und die meisten denn schon alle irgendwie da sind. Aber ich glaube, es gibt noch keine Gruppe, die vor hat, auszuwandern, sondern immer nur welche, die schon in Frankreich leben, bin ich der Meinung. Ich habe Claire wie auch nicht alle gesehen. Ja, und jetzt wollte ich, einer hat schon abgestimmt und hat gesagt, ja, er würde sich über diese Facebook-Gruppe freuen. Jetzt wollte ich euch nochmal, sag ich mal, direkt ansprechen. Habt ihr Bock da drauf? Dann geht bitte mal in dieses Community, glaube ich, nennt sich das. Und da ist diese Umfrage drin und da vielleicht nochmal abstimmen. Nicht, dass ich hier irgendwas aufreiße und dann sagt ihr so, nö, das YouTube hier, das reicht mir und brauche ich nicht. Ansonsten gibt es auch gar nicht so viel Neues. Nö, gibt gar nichts Neues. Das war es eigentlich, was ich euch sagen wollte. Okay, dann bin ich schon wieder raus. Bis dann, euer Jan.